Paparazzi schlafen nie. Tag und Nacht sind sie auf der Jagd und versorgen uns mit Schnappschüssen der Stars aus aller Welt. Sehen Sie hier, wer den Promi-Fotografen 2021 so alles vor die Linse gelaufen ist. 17. September 2021 bei den Filmfestspielen in San Sebastian dürfen diese beiden Superstars natürlich nicht fehlen. Penelope Cruz und Antonio Banderas sind hier auf dem Weg zum Fototermin für ihren neuen Film Official Competition und sehen dabei ganz schön cool aus. Dass Penelope dabei etwas gegen die Sonne anblinzeln muss, fällt dabei kaum auf. Punkt. 16. September 2021 hier möchte jemand auf keinen Fall erkannt werden. Zwischen Hut und Maske blitzen die Augen von Katie Holmes hervor, die sich gegen das herbstliche Wetter in New York City mit einer Regenjacke schützt. Vorbildlich trägt die Schauspielerin ihre Einkäufe im Stoffbeutel nach Hause, erkannt wird sie aber trotzdem. 12. September 2021 beim Finale der US Open in New York gibt es neben Tennis auch in den Zuschauerrängen einiges zu schauen. Die Hollywoodstars Brad Pitt, Bradley Cooper, Josef Marcello und Rami Malek sitzen nebeneinander und beobachten das spannende Match zwischen Daniel Medvedev und Roussia Novak Djokovic. Eigentlich sieht das doch nach dem perfekten Quartett für den nächsten Kassenschlager aus. 9. September 2021 der Starauflauf bei den Filmfestspielen in Venedig hält an. Heute sind Jennifer Lopez und Ben Affleck gemeinsam in der schwimmenden Stadt angekommen. Auch für sie geht es per Wassertaxi zum Hotel und Jennifer kann während der Fahrt ihren Blick nicht von ihrem Liebsten lassen. Dieser schaut mit einem verschmitzten Lächeln in die Kamera und scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. September 2021, ob Channing Tatum und Zoe Krawitz wohl ein neues Starpärchen sind, ist nicht bestätigt. Dass die beiden sich aber direkt nach Sohs offizieller Scheidung von Karl Glusmann, 23. August, zum lässigen Lunchdate in Brooklyn gemeinsam zeigen, könnte darauf hinweisen. Dating-Gerüchte kursieren nämlich schon seit ihrer Zusammenarbeit für den Film Pussy Island seit Anfang des Jahres.